Und sahen meine ersten Haie im Fernsehen, so drei, vier Minuten schwarz-weiß. Ich sehe das Bild immer noch heute vor mir, wie die Haie auftauchten. Aber was eigentlich entscheidend war in diesem Moment war, dass der Sprecher etwas sagte, was ich in diesen Tieren nicht sah. Also die Gefährlichkeit, ich kenne den Wortlaut, weiß ich nicht mehr genau. Und das kreierte eine gewisse Unruhe und scheinbar hat man mir gesagt, als ich acht Jahre alt war, hätte ich schon zum ersten Mal gesagt, ich möchte Forscher werden. Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber ich weiß, als ich zehn Jahre alt war, habe ich Dr. Doolittle gelesen und war überzeugt, ich kann es mit Tieren reden. Ich hatte das Glück, dass ich relativ früh erkannte, dass die generelle Ansicht von Haien falsch sein muss. Dass man sich einfach wirklich mal traut, ins Wasser zu gehen und dann selber überzeugt wird und auch das Unterwasser überzeugt wird, dass diese Gefahr, die scheinbar präsent ist, nur wirklich in unserem Kopf existiert, aber nicht real ist. Und einfach registriert, ich bin ein Teil des Ganzen. Es darf nicht an mir liegen, das zu zerstören, dann werden wir vielleicht noch einen Weg finden, um unsere Erde retten zu können. Also Achtsamkeit. Ja, und vor allem Demo. Das ist ja auch schon ein ganzes Geschmack. Vielen Dank.